Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Und wir sind hier in diesem schlimmer Land stehen geblieben. Genau, ich dachte, wir schauen mal noch einmal ganz kurz zu. Haben eigentlich genug gewohnt eigentlich? Schauen wir noch einmal, ob wir diese einen Fackeln da anzünden können. Von dieser Spezial-Dings-Welte, was wir hier freigestellt haben. Das war nicht da. Nicht? Nein, das war ja da hinter der Odyssey. Ach so. Ach so, ich meine, was ist die, wo wir da den einen Dings-Poster noch gehabt haben? Ich glaube, das war hinter da oder diese? Da oder was? Hm. Ja, irgendwo war das. Ist die, wo wir das letztens gespielt haben oder so? Ein paar Stunden. Ist die, wo wir diese... Ach so, ich... Nee. Hä? Ja, kannst du sie mal kapern? Ach. Jetzt bewegt dich mal. Ja, okay. Ich glaube, das war da drüben hinter der... Bei der Odyssey war das. Sie ist ja eine Mini-Welt da. Ach, ich weiß nicht. Der war ja neben der Odyssey. Was ist die, was wir da gespielt haben, wo wir einen Vogel da gehabt haben? Weißt du nicht, was ich meine? Ja. So, jetzt haben wir wieder den Controller hingestellt, weil irgendwie spielt sie da manchmal rum. Ach. Was ist das mit Absicht? Nein, ich will nicht spielen. Aber ich habe mal wieder drei Herzen. Ne, wo du dich finden, gehen wir weiter. Weil ich... Es ist ja da bei der Odyssey. Da war der, glaube ich. Da oben. Da auf der Seite. Da, 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 da. Ach so, da muss man auch. Da war das, da war das, glaube ich. Hä? Ja, du musst schon. Ja, wie? Ich gehe da eh hin, aber es macht nichts. Ah, genau so. Und ja, war das das, oder? Haben wir das schon? Ja, das haben wir schon. Aber dann gab es eben so eine Spezialwelt. Mit so einer Tür, oder war die Tür nicht da drüben? Das ist ja immer so eine extra Bereiche freigeschalten jetzt dann nachher. Weißt du nicht, was ich meine? Kommst du runter? Hä? Ah. Ja, das war sehr gescheit. Ich kann eine Stammfattacke ja machen. Ich habe eine gemacht, durchziehen. Ich bin runtergeflogen. Ja, sie runtergeflogen, ja. Ja. Ich habe eine Stammfattacke gemacht, als Käppi. Aber das war, oder war das nicht da drüben? Da war der da irgendwo. Nein, das war irgendwo ein paar Untersee in der Nähe. Ich weiß nicht, wie es einmal die anfackeln kann. Okay, wir haben es nicht gefunden. Wir machen jetzt einfach, wir gehen jetzt auch in die nächste Welt. Okay. Komm her, und aktiviert den Clubus. Mal schauen, wie viele wir jetzt haben. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, wie kannst du. Okay, kann doch schon. Mal schauen. Jetzt können wir ins Pauzerland reisen. Einen Moment mal, der Kerl hat auch noch sein eigenes Land. Ja, er ist ein Gott. Eigentlich. Jetzt reisen wir ins Pauzerland. Das war so lang. Juhu. Und dort wären wir wahrscheinlich... Also wahrscheinlich wenn ich hab... Das brauchen wir nicht. Ja, das ist schwierig. Ja, das finde ich so schwierig. Ich weiß nicht, ob es euch mal nötig mit meinem Skill, aber... Und wir können Pause! Mal sehen, wie dir das hier schmeckt. Klemmt nicht rein. Wirklich. Jetzt können wir sicher wieder eine Zwischenwelt, wo wir wahrscheinlich wieder... Unsere alte Seewittchen wieder zerstört. Ja. Ja. Das wäre immer... ... ... ... ... ... ... Ich habe es geahnt, die Odyssee-Moddy ist schon wieder beschädigt. Ja, ich habe es ja gesagt. Hörten, Power-Moddy-Moddy-Summern. Unsere Therapien, wir brauchen Innotra, okay? Ja, wir brauchen Innotra. Es gibt wahrscheinlich viele mehr als Trash. Es wäre geil, wenn nur so Multimod zu finden, dann brauchen wir nur einen, ne? Ja. Yay! Okay, diese komische Wächtigende Rache da. Und wir sind jetzt gerade hier in einem Postkampf. Kann ich das abwehren, irgendwie? Hm. Aber ich habe nichts zu tun, ja. Ich will was machen, dann. Du musst ja, du musst die Dinger weg tun, da. Vorsicht, Blitze! Ah, ich bin da. Ah, ich bin da. Ah. Gibst du mal schnell raus. Yay, ein zweites Mal getroffen. Einmal müssen wir noch. Jo, ist es ja nicht. Ich glaube, es gibt nur einen Post, der noch zwei Treffer braucht. Ja, aber normal ist es eigentlich immer drei. Ja. Ich glaube, es ist auch einer da in Cityland, dieser komische Talelkäfer. Der hat natürlich nur zwei Tausendfügler. Der hat natürlich nur zwei gebracht. Oh. Nein. Aber Grina, wir haben ja die Peach-Dings bei uns. Ja. Dann verwenden wir die nicht. Jetzt haben wir es extra gekauft dafür. Hä? Hä? Mach's. Boah, jetzt muss ich runter. Ah, ich hab's nicht hinbekommen. Dann werden wir eh diese Peach, dann verwenden wir die nicht. Die können wir eh verwenden. Ja. Ja. Deshalb Peach. Ich glaube, jetzt bin ich da. Mach das schnell. Schnell noch das untere. Ja, ich komm da nicht hin. Vielleicht. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Es sind nur alle von rein. Und für was haben wir die Peach? Ich sag, ich wollte schon gestern auspacken und reinsetzen. Ja. Nachdem wir einen Bosskampf, jetzt haben wir einen Bosskampf und jetzt... Ich hätte die ja schon längst ausgepackt gestern. Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen. Aber der Peach hätte es schon geschafft. Ja. Dann springen wir gleich. Es geht ja immer hin. Weil bei Tradelien kannst du manche Sachen nicht überspringen. Also wenn du gegen Pause also kängst. Ich hoffe, dass wir es jetzt für ein dritten Mal aufschaffen. Und nicht, dass wir wieder dann sterben. Ich hoffe, dass wir es jetzt für ein dritten Mal aufschaffen. Und nicht, dass wir wieder dann sterben. Doch los sein Name. Schon nicht hinter angelehnt, aberzlich blitze. Ja. Jetzt musst du noch ein drittes Mal überleben. Ja, es gibt jede überall Herzen, oder? Oh Gott, das war es echt. Oh, krass, das Ding einfach nur. Aber die Vibration ist auch schass. Also diese... Nein, jedes Mal. Aber du bist eben verbunden worden von daher. So, und es gibt die alle weg. Wie da? Und... Schaut so aus, als hätten... Nein! Warum macht das nichts? Schnell holt dein Herz. Roland, schnell. Ich schaff's nicht. Du lebst das nicht. Das nervt. So müssen wir das nicht wieder von vorne machen. Puh, zum Glück. Ja, wenigstens müssen wir das Ganze nicht nochmal machen. Ich habe nämlich noch, dass es resettet sich. Dann... Aber anscheinend doch nicht. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, dann wollte man genauso viele, wie wir brauchen. Genau. Wie, wenn wir das machen, was wir machen. Oh, ja. Oh, ja. Ah, ja. Oh, ja. Ja, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Woohoo. Wahoo. Ja, wir haben ihn als Koch besiegt. Gibt es noch andere Munde eigentlich? Ich glaube, dass das ein Level ist, wo es sonst keine gibt. Schauen wir mal zum Boss, weil manchmal gibt es heute diese Vogelscheuche. Ja, aber es geht auch so, dass wir doch 1 sein. Warte mal. Nein, warte. 5. 5 gibt es, also 2 haben wir. Ne, das war nie. Also 3 vom Kampf und dann noch weitere 4, also es gibt 7. Warum chillt der einfach nur da? Das macht mir irgendwie Angst. Ja, wenn wir sie. Ja, natürlich, ich mache sie nix mehr, ich greife sie nicht mehr an. Ja. Das wäre kein Captain Toad, wenn es nur 2 geben würde. Also den einen da, den doppelten da. Wo? Nein, nein, das war... Wo? Wo? Wo ist er da? Das ist wahrscheinlich ziemlich rückblick zum Gehen. Ja. Ich glaube, ich... Aber warte, vielleicht gibt es da noch welche, wenn ihr das... Oder da vielleicht? Bei der Odisse selbst? Bei der Odisse selbst? Die hintere Odisse vielleicht. Ah, die fangen Seite. Ich glaube, dass eben ein Drachen... Warte mal. Da, 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 da ist das. Und, und, und? Ah, schade. Wo? Ja. Ich höre, was ist unterflogen. Okay, das kann den Marathon... Ich... Da, zu dem... Da ist unten, und da runter kannst du. Da vielleicht das ist. Da ist aber ein Schatz drüber. Irgendwie kaum runter hin. Ach so. Kannst du dich handeln? Ja. Ja. Ha. Warte mal. Hier, holen wir uns das Geld. Was ist da noch was? Ich glaub, das war's. Ah ja, st... Ja, 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 die restliche Monde bekommt man diese ähm... Kiste da unten. Ja. Ähm, die geht aber nur auf, wenn man das durchgespielt hat. Na dann. Also, die eine Monde fangen, können wir jetzt. Na dann machen wir sich weiter auf. Ich mein, wir könnten auch zum Drachen schauen, aber ich glaub nicht, dass es da noch was gibt. Nein, ich glaub, das ist alles... Dann reparieren sie. Yay. Mit 500. Aber irgendwie sah jetzt... Ist immer auch blöd. Ich mein... Der Schaden sah, finde ich, jetzt viel schlimmer aus, als der vorige. Als das das letzte Mal passiert ist. Oh, die sie ist repariert. Yay. Dann sah es nicht weiter ins nächste Land. Wo wir eigentlich... Ja hin wollten. Mhm. Springen. Aber die Tipps kommen wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Hier war's mit... Emoji Pizza und Emoji Tiara. Das ist die Bowser-Festung. Bowser-Land. Bowser-Land. Bowser-Festung. Jetzt brechen wir hier einfach ein. Und schnappen wir. Schleich dich in Bowser-Festung. Was sind das? Trump-Bombs 2.0? Keine Ahnung. Der Vater von den Trump-Bombs. Von den Trumps. Yay, es ist unausweichlich. Das komische ist, hier werden keine Monde angezeigt. Also wie viele Monde wir brauchen. Aber es gibt welche? Man braucht quasi, um das Level zu beenden, gar keine Monde eigentlich. Was genau. Oder gab's noch was? Cool, das ist so asiatisch-tempelmäßig aufgebaut. Das finde ich eigentlich recht cool. Cool, was du kann. Ja. Kannst du da nicht drauf? Aufs Dach? Nein, ich gehe mal da. Na, schau mal aufs Dach. Ich will jetzt, ob es da was gibt. Ich will wissen, was am Dach ist. Ah. 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 Äh, Hilfe. Yay. Ja. So schnell. Yay, ein Mond. Und die ist wohl sind sie rot. Ja. Notenjagd zwischen Stachis. Stachis ist ein offizieller Name. Ich dachte, Stachis ist halt ein... Nein, der ist nicht so. Ich dachte, das ist so ein fangemachter Name. Ah. Ah. Was musst du machen? Yay. Ein Treffer, machen wir das. Leicht. Also relativ. Ja. Sind wir schon zweitracht. Ja. Irgendwie den Mond. Yay. Und du tust nicht Gas. Genau. Schleich dich im Baus als Festung. Ein Mond für dich. Das können wir endlich weitergehen. Das können wir endlich weitergehen. Ich glaube nicht, dass es in den Kisten irgendwo ein Mond sein würde. Aber ich mache die trotzdem immer gern kaputt. Ich glaube, ich kam das schon mal vor. Das kann man dann hinterher auch sehen muss. Da war ich nämlich nicht. Finde ich, dass es echt cool, dass das so schreinmäßig aufgebaut ist. Das passt zur Pause. Für dass das eher ein Gott ist, passt das ja eigentlich vollkommen gut. Das? Das ist eine Pause mit... Siehst du? Ähm, okay. Du bist runtergeflogen. Genau. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Nein. Hast du den Rumpf vielleicht? Ja, dann warte ich ihn nicht. Das funktioniert nicht. Nein. Ich habe den Rumpf vielleicht. Ja, dann warte ich erst auf. Ich kann das nicht. Das fliege ich dann. Aber wenn du das nicht machst, kannst du es? Nein. Das funktioniert. Aber wenn du das nicht, kannst du das? Aromone? Nein, ich glaub da gibt's nichts. Vielleicht da unten, über den Münzen? Oh! Okay, da gibt's noch Währung. Kannst du die holen? Steht das? Ja, geht's. Ich muss mich genau zählen. Ah, da kommt. Was machst du da unten? Was ist denn los mit dir? Irgendwie trifft er nicht gescheit. Jetzt geht's. Yay! Jetzt haben wir schnell gebraucht. Ich freu mich, wie das... Wie das Outfit ausgesonnen bekommen kann in der Welt. Nee, Mittelhof! Oh, du Fugel! Pumpen! Hektar! Yay! Für manche Teilen müssen wir sich irgendwo raufkraxeln. Ich bin einer von dir, ich bin nicht Mario. Nein! Ich habe zwar eine Kappe von Mario und ich habe schlimmere Mario, aber ich bin nicht Mario. Ich bin einer von 100, okay. Ich bin einer von 100. Okay, da kann man sich doch jetzt einen vollkommen wollen. Du kannst, du kannst, ähm... Ich brauche dich drauf. Okay, geh mal auf die Plattform raus. Ja, auf das Feuer. Ja. Nee, nicht auf die andere, auf die Erhöhung, da. Hey, es ist kein Feuer, da. Okay. Warte, ich brauche dich wieder schnell, bevor er verschwindet. Ja. Okay, da ist nichts mehr. Schauen wir mal, was in die... Okay, sind wahrscheinlich keine Münzen drin, in die Blöcke, aber wir könnten ja mal reinschauen. Die Völle habe ich ja nicht gesehen. Ah, ich will schon mal. Da unten ist eine Röhre. Wo? Da unten. Wo? Da unten. Da kommt die noch raus. Nein, nein, da kommt nicht. Gut, so einen 2. Level hätte es doch gehabt, jetzt im Bowsersfest. Warte, da läuft etwas. Wow. Du respawnern eh das andere Meer, also so wird das. Ich habe mir gedacht, du musst es vielleicht mit Mario zu stampfen. Einer fehlt uns schon auf der Griff. Da hinten vielleicht. Kann das schon... Da? Ja. Oh, du bist gut. Wieso weißt du das? Ja, weil... Mal weiß, es wird nie etwas umsonst irgendwo hingebaut. Das ist immer ein Grund, weil es immer irgendwas ist. Naja, kann auch sein, dass es nur still ist. Oder einfach nur München gibt oder so. Ja, aber... Da fehlt uns und wir haben ihn nicht gesehen, also... Wo ist der Maschine? Oh, schön. Da ist er. Ehe welcher Plattform oben. Auf der Plattform oben. Da. Ja. 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 Da war noch Bomben-Einsatz. Bomben. Ich will jetzt ja nicht Bomben. Bomben-Stimmung. So, hab ich jetzt gesagt, das was sich hinter dieser Tür befindet, schauen wir uns dann im nächsten Part genauer an. Anfrontation mit den Brooders. Okay, ich dachte wir kämpfen in Pause. Ich hätte die Pause wieder dahin. Ja, steht da auch. Ich hätte eben die Pause gerechnet. Na passt, dann bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. Bis zum nächsten Mal.